hallo liebe messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal ja wie ihr den videotitel sicherlich schon entnehmen konntet soll es heute in diesem video um meine empfehlungen meine top 10 empfehlungen zu 42a konformen taschenmessern gehen ich hatte vor einiger zeit auf meinem kanal mal ein video gemacht und hochgeladen wo es um nicht 42a konforme taschenmesser ging um meine top 10 empfehlungen in diesem segment und da hatte mich vor kurzem einer meiner zuschauer über die kommentare zu diesem video angeschrieben und gefragt mensch tolles video aber macht doch bitte mal ein top 10 video für budget taschenmesser bis 50 euro im bereich paragraf 42a und da habe ich gesagt ja okay ist eine gute idee hatte ich so gar nicht auf dem schirm ja und ich habe jetzt die letzten tage mal ein bisschen meine messertaschen durchsucht meine kisten durchsucht und ja habe einige modelle zusammengesucht und eine kleine kollektion zusammengestellt sage ich jetzt mal und ich muss im vorfeld schon sagen das war gar nicht so einfach und zwar aus zweierlei gründen einerseits es gibt echt tolle 42a konforme taschenmesser egal ob klassisch oder modern im design aber tatsächlich sind die preise inzwischen auch das war vor fünf sechs jahren noch eine ganz andere nummer teilweise auch so gestiegen dass es tatsächlich gar nicht mal so einfach ist ja ein gutes taschenmesser was ich auch empfehlen kann und auch selber besitze ja also ein gutes 42a konformes taschenmesser tatsächlich auch in diesem preisrahmen noch zu bekommen auf dem zweitmarkt sicherlich aber tatsächlich wenn ihr das bei einem händler kauft ist das gar nicht mehr so einfach da unter 50 euro was gutes zu kriegen gut und der zweite grund ist einfach der dass der markt nicht so breit ist also bei den nicht 42a konformen taschenmessern gerade bei den flippern da ist der markt so breit ich habe da auch schon komplett die übersicht verloren da gibt es inzwischen so viele marken am start die da wirklich klapper für echten unglaublichen preis raushauen im bereich 42a ist da wie gesagt die bandbreite längst nicht so groß dennoch habe ich was gefunden und jetzt genug der quatscherei fangen wir einfach mal an ich stelle euch jetzt hier meine top ten taschenmesser vor im bereich bis 50 euro und natürlich paragraf 42a konform kein ranking ich nehme die einfach so wie sie hier neben mir liegen und halte sie euch kurz in die kamera los geht's schon mit dem ersten das ist das steel tech number two slip joint quatsch liner lock modell aber wie gesagt zweihändig zu öffnen wenn ich mich nicht täusche die vorlage dazu ist glaube ich dass piglet von qsp knifes und hier eine sonderversion als 42a konformes taschenmesser sehr schöne klinge der liner lock verriegelt sicher mikata griff beschalung alles sehr ordentlich verarbeitet und wie gesagt klar wenn ich mich hier ein bisschen anstrenge kriege ich das natürlich auch mit einer hand auf dennoch gilt oder beziehungsweise wird das ganze auch angepriesen als 42a konformes taschenmesser glüttel clip lanyard hole alles sehr gefällig schöne haptik das ganze ja steel tech number two liegt im moment ich hoffe ich denke dran euch hier in die video beschreibung auch die links zu den messern die ich jetzt hier zeige ja auch reinzupacken kostet im moment ich glaube das günstige was ich gefunden habe waren 49 euro 90 machen wir gleich weiter ja ein klassiker inzwischen schon muss man ja mal sagen das 73 15 von sanren mu inzwischen ja in vielen versionen das ist jetzt hier eine der sonderversionen vom michael schiffner vom usaia shop da gab es auch noch ein zweites sondermodell das habe ich auch ich habe auch die anderen farbvarianten die der michael damals in seinem shop hatte mit dem grünen griff dem blauen griff dem ich glaube carbon war es noch und orange weil ich dieses messer einfach mega finde ja schöne slip joint taschenmesser schön verarbeitet das ganze und ich glaube die normalen modelle die liegen irgendwo so zwischen 23 und 7 28 euro die jetzt hier die sonderversionen die lagen ich glaube bei 35 oder irgendwie so in dem dreh zwischen 35 und 40 euro aber ja ganz tolles ding gibt ganz viele videos dazu auf youtube der stefan hat dazu ein video gemacht der andi hat dazu ein video gemacht und auch noch viele andere also das auf jeden fall eine empfehlung hier das 73 15 kommen wir zum joker no also ich weiß nicht ob man das so ausspricht in o oder nummer 75 ja habe ich bei amazon mal entdeckt ein sehr einfaches slip joint taschenmesser olivenholz griff beschalung kohlenstoff stahl als klingen stahl das ganze kostet unter 20 euro die verarbeitung ist jetzt nicht die beste aber summa summarum ist das ein messer ja was in europa in spanien in albacete gefertigt wird und wenn man sich mal überlegt dass das ding nicht mal 20 euro kostet ja ist das ein absoluter kracher hier wackelt auch nichts wie gesagt von der verarbeitung her klar das ist für den preis da könnt ihr kein 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 lion steel oder weiber oder sowas slip scheint erwarten dennoch für unter 20 euro finde ich das ding auch super gelungen joker no 75 so was haben wir noch ja das nächste modell ist von le sabot das ist das alsacien wacholder holz griff beschalung kohlenstoff stahl korkenzieher slip joint verriegelung ja im moment also ich habe ein paar gefunden so knapp über 50 euro bei brandner's homestell zum beispiel aber oftmals findet ihr im netz auch jetzt glaube ich nicht mit der wacholder holz griff beschalung aber zum beispiel mit olivenholz da kriegt ihr das teilweise auch mal für ein fuffi oder knapp für unter 50 euro das alsacien auf jeden fall ein tolles taschenmesser traditionelles französisches taschenmesser der alsac region sehr schön verarbeitet das ganze vieles noch handgemacht bei den messern von le sabot also auch jeden fall auch eine empfehlung im bereich bis 50 euro das alsacien und ja wenn ihr da mal bei brandner's homestyle reinschauen wollt ich hoffe ich verlinke euch die seite auch ja einen tollen shop haben die da die brandner's da findet ihr sehr viel französische klassische taschenmesser und nicht nur von le sabot auch von vielen anderen marken ich glaube da wird jeder der auf französische klapper steht der wird da fündig weil die echt ein super sortiment haben sehr sehr nette leute schaut da auf jeden fall mal rein und weiter geht's ja im doppelpack beziehungsweise die halte ich jetzt mal beide in die kamera weil die sich sehr ähnlich sind einmal das real steel g slip kompakt hier mit roter micata beschalung slip joint verriegelung und das der klassiker inzwischen von real steel das luna hier mit der olivenholzgriff beschalung gibt inzwischen viele viele modelle sowohl vom g slip als auch vom luna viele auch weit über 50 euro das sind dann irgendwelche luxus varianten mit pulvermetallogischen stählen und titanen oder anderen teuren griff beschalung die einfachen modelle mit g 10 oder auch teilweise mit holz oder mit 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 mikata kriegt ihr definitiv für unter 50 euro real steel auch die anderen slip joints das solis zum beispiel ja guckt euch die mal an real steel slip joints das ist auf jeden fall ganz klare empfehlung die packe ich hier oben klinge gibt es auch in anderen varianten ich habe mich damals für die entschieden weil ich die am ja am besten fand ich mag diese kohlenstoff stähle bei denen bei den deutschen klappern die sind einfach sehr tauglich klar die rosten schnell die laufen an mich stört das überhaupt nicht ich finde das sogar schön und ästhetisch wenn das so ein bisschen angelaufen ist eine patina hat ja das otter mercator definitiv auch eine empfehlung im bereich bis 50 euro was haben wir noch maserin aus italien das modell scout klassisches sword buster modell slip joint verriegelt hier mikata griff beschalung d2 klingenstahl made in italien liegt so bei knapp über 40 euro wenn ihr das mal im angebot findet ansonsten bei knapp unter 50 euro ein tolles messer tauglich wirklich gut verarbeitet fertigung komplett in europa für einen absolut tollen preis klassisches arbeitsmesser hier der ja aus dem ich glaube das pattern kommt aus dem us amerikanischen bereich da als arbeits als pharma messer genutzt in deutschland allerdings auch das hat ja auch früher diesen beinamen gehabt notschlachtmesser so findet ihr die teilweise heute auch noch von solinger firmen ja so buster range buster manchmal auch genannt ja tolles modell gibt es auch in anderen farben anderen griff beschalungen auf jeden fall eine empfehlung im bereich bis 50 euro so jetzt haben wir hier noch wie viel habe ich denn jetzt hier auf dem tisch 1 2 3 4 5 6 die beiden zählen zusammen real steel 7 ja kommen noch 3 plus 1 dann haben wir die 10 plus 1 voll so vielen sicherlich nicht bekannt ein modell der marke roughrider roughrider hat ja oftmals einen zweifelhaften ruf klar da sind ja an sich gute messer man muss aber auch glück haben dass man nicht gerade montags modell erwischt ich hatte schon das glück dass ich tolle modelle dabei hatte aber auch schon das pech dass ich da echte gurken dabei hatte dies ist keine gurke das ist ein tolles modell aus der vg 10 reihe von roughrider die ist noch gar nicht so alt diese serie mit zwei messern fingen inzwischen gibt es mehr ich glaube mit 2 fing das an mit dem und mit mit einem modell mit einem kupfergriff ja klinge wie gesagt schon vg 10 stahl der griff ist aluminium sowohl das angedeutete bolster hier als auch der griff selbst ja hier blau anodisiertes aluminium slip joint verriegelt halfstop tatsächlich alles sehr ordentlich verarbeitet fühlt sich gut an sicherlich nicht perfekt man sieht dass hier die fehler ein bisschen guckt ein bisschen raus aber das ist alles sehr sehr gefällig und in ordnung und zumal ihr da auch knapp bei unter 50 euro liegt für ein taschenmesser was definitiv ja gut verarbeitet ist tauglich ist hier im lenny's clip design fühlt sich alles sehr sehr gut an ja auf jeden fall auch eine empfehlung dass roughrider ja ich nenne es mal lenny's clip modell aus der vg 10 serie so noch mal ein sort buster diesmal allerdings nicht von maserin sondern von der firma case made in the usa das hier ist das große sort buster mit einem kunststoff griff sehr sehr einfach gehalten das ganze alles nur vernietet hier bei maserin ist ja die klinge geschraubt finde ich persönlich besser weil ihr das einfach mal immer wieder nachjustieren können wenn sich da was löst oder die klinge nicht mehr mittig steht bei dem modell und bei vielen anderen case modellen ja ihr seht dass ich musste hier schon oft auf der niete nachhelfen weil das erstens schon locker kam und ich habe das ding auch schon häufig benutzt und ja das lockerte sich dann immer wieder mal das vielleicht mal nachteil vielleicht hätte man da auch eine achsschraube verwenden können wenn der rest genietet ist ja okay riffsschalen wirst du hier nicht tauschen wollen bei so einem modell ja aber wollen wir nicht über die niete meckern sondern wollen wir uns das messer angucken diesen wir haben hier diesen typischen true sharp diesen surgical stil so ähnlich wie 440 a sehr einfach nachzuschärfen hält die schärfe nicht super lange aber wie gesagt dafür sehr einfach nachzuschärfen das große sort buster modell von case auf jeden fall auch eine empfehlung gibt es glaube ich bei knifes und tools im moment im angebot für knapp über 40 euro also sogar unter 40 euro wie gesagt ich hoffe ich denke daran euch die sachen zu verlinken case sort buster gut stellvertretend für die firma manley habe ich jetzt hier mal zwei modelle dabei das ist einmal das peak gibt es ja auch in der einhandversion das hier ist die zweihandversion ohne loch und in der niedrigsten stahlklasse sage ich mal hier in d2 da kriegt ihr das ding auch für ein fuffi bei den pulvermetallogischen stelen ja da sieht es anders aus beim s90v und beim beim 154 cm da zahlt ihr natürlich deutlich mehr einige der modelle von manley so wie das wasp zum beispiel die gibt es jetzt auch schon in 12c27 oder 14c28 n da kriegt ihr die auf jeden fall für unter 50 euro das peak hier das liegt im moment in d2 auch bei knapp 50 das comrade ja das erste modell der bulgarischen firma manley hier jetzt wie gesagt in 154 cm das ist jetzt nur stellvertretend für das modell manley das kostet natürlich keine 50 euro das wäre natürlich klasse ja aber das comrade in d2 das kriegt ihr auch für einen fuffi manchmal sogar knapp darunter je nachdem wo ihr schaut wo es auch im angebot ist und wie gesagt auch andere modelle der firma manley checkt das mal aus die haben echt tolle sachen am start kann ich euch auf jeden fall empfehlen so das sind die zehn eins kommt noch oben drauf ein messer was ich persönlich sehr schätze und ja was es auch auf jeden fall in dieses ranking verdient hat was ich noch dazu sagen muss einige werden sich jetzt wahrscheinlich wundern der hat kein opinel dabei der hat kein victorinox dabei nee das habe ich mit absicht nicht dabei weil diese modelle einfach die gehören für mich nicht in so ein video weil die sind einfach sowieso absolut top und klasse und bei mir standard die habe ich in jeder hosentasche habe ich irgendwo ein victorinox im rucksack und auch oder auch mal opinel die wollte ich jetzt hier gar nicht mit reinnehmen weil das sowieso einfach messer sind die unschlagbar in ihrem preis leistungsverhältnis sind die eine absolut die absolut tolle arbeiter sind die schon sehr lange am markt sind eine riesen vielfalt inzwischen haben von daher habe ich die hier nicht mit bei so jetzt kommen wir zum plus eins und das ist von der firma bird das turn quasi das pendant zum uk pk von spider co ja das kostet im moment so um die 80 oder mehr euro das turn liegt bei ja glaube ich habe es bei knifes und tools für 49 90 gesehen gericht der teilweise aber auch günstiger bei amazon zum beispiel ich gucke mal was ich an links finde und packt euch dann in die video beschreibung g 10 griff beschalung 8 ca 13 mov stahl zwar ein einhandmesser ja wie ihr seht könnt ihr das hier über den über das daumenloch öffnen aber das ganze ist ein slip joint und von daher 42a konform sehr sehr taugliches messer recht kompakt nicht recht sehr kompakt fällt kaum auf wenn das in der hosentasche ab weil das wirklich kaum was wiegt hätte bird wie bei etlichen anderen modellen wie zum beispiel bei meadowlark oder bei raven hier mal auch frn griffsschalen verbaut wäre das ganze noch leichter durch das g 10 wiegt das ganze dennoch ein bisschen mehr aber trotzdem sehr wenig alles verschraubt wie ihr seht clip ist umsetzbar draht clip eine gute spannung das bird turn sehr 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 taugliches messer was auch im preisrahmen unter bis 50 euro ist so das war es auch schon ja ich bedanke mich fürs zuschauen fürs reinschauen über den daumen hoch würde ich mich freuen über ein abo genauso ja ich hoffe es hat euch gefallen und ja das war es ich sage tschüss bis zum nächsten mal